Einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zum Company-Update von Sibanie Stillwater hier auf Rohstoff TV. Trotz einiger Widrigkeiten wie der dreimonatiger Arbeitskampf in Südafrika oder die heftigen Überschwemmungen in Montana, die allesamt die Produktion beeinflussten, antwortet Sibanie Stillwater mit soliden Gewinnmargen und für die Umstände superkräftigen Produktionszahlen. Ein absoluter Beweis dafür, dass hier ein krisenresistentes Management am Werk ist, das immer einen kühlen Kopf bewahrt. Dank seines breiten Portfolios auf fünf Kontinenten, ebenso wie durch seine Spitzenposition als weltweit führender Recycler von Platin-Gruppenmetallen aus Autokotilisatoren und nicht zuletzt auch dank seiner Kontrollbeteiligung an führenden Rückgewinnungsanlagen für Bergbauabfälle hat Sibanie Stillwater seine Stellung als resilienter Ausnahmeplayer auf dem Metallmarkt eindrucksvoll untermauert und mit vielversprechenden Wachstumspfeilern den heftigen Gegenwind nachhaltig getrotzt. Sibanie Stillwater steht für weltweite Diversifikation wie kaum ein anderes Bergbauunternehmen. Den größten Geschäftsbereich bilden immer noch die südafrikanischen PGM-Minen, die Umsatz-Cash-Caus des Unternehmens. Zu den wichtigen Wachstumsgeneratoren gehört beispielsweise die 88-prozentige Mehrheitsbeteiligung am finnischen Lithium-Entwicklungsprojekt Scalibar. Damit sichert sich das Unternehmen nämlich Zugang zum europäischen grünemetall-Ökosystem. Und hier ist der Hunger nach Lithium besonders groß. Mit der Akquise der französischen hydrometallogischen Nickelverarbeitungsanlage Saint-Duville in der Nähe von Le Afre, dem zweitgrößten Industriehafen Frankreichs, stellt Sibanie einen weiteren Fuß in den exponentiell wachsenden Nickelmarkt in Europa. Auch in Afrika setzt Sibanie Stillwater zum Überholvorgang an, indem man ein Angebot zur Übernahme der vom sambischen Staat kontrollierten Mopani-Kopper-Mine vorbereitet. Ist der 1-Milliarde-US-Dollar-Deal einmal in trockenen Tüchern, würde Sibanie damit an die Spitze von Afrikas Kupferproduzenten kapatapultiert werden, da Mopani Schätzungen zufolge 225.000 Tonnen Kupfer pro Jahr liefern wird. Zusammenfassend ist zu sagen, dass Sibanie Stillwater so breit, gut und strategisch perfekt positioniert ist, dass Momentaufnahmen wie die Produktionszahlen aus 2022 eben nur die Vergangenheit reflektieren, während Anleger bereits nach vorne schauen. Genau dort sehen Sie einen robust und diversifiziert aufgestellten, auf fünf Kontinenten agierenden Metallmarktplayer mit einem echten Powerportfolio. Bitte beachten Sie den eingeblendeten Disclaimer. Die besprochene Aktie ist Teil des SAC Mining Special Situation Certificates. Ebenfalls bin ich Aktionär vom besprochenen Unternehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.